Musik Ihr repräsentiert wer oder welche Gruppe? Die Burgenfrauen der Stadt Fribourg. Bürger und Burgenfrauen der Stadt Fribourg. Und das ist? Die Stimme von 1750, die man nach alten Bildern gemacht hat. Musik Musik Wir repräsentieren Mexiko. Are you going to do a show? Yes, we will be here to make the parade with all the groups. So we have a lot of things to show you. How many of you came from Mexico? 36 people. Musik 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 Das ist die größte Dress, die wir haben, in meiner Meinung nach. Es ist sehr schwer, aber es ist schön. Es ist Handmade? Es ist Handmade, natürlich. Und wie viele von euch sind hier heute? Wie viele sind wir hier? Wie viele sind wir hier? 35. Das sind unsere Lande. Die Highlands in Ecuador. Eine Stadt, deren Name ist Loja. Loja, Ecuador. Die Highlands in 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 Ecuador. Vielen Dank.